Heißt das, ich soll jetzt von hier aus Da runterspringen Ja Das wäre gnadenlos in die Hose Das wäre in die Hose gegangen Dann soll man hier wieder ran und dann kann man So Ja, muss man hier jedenfalls runter Ja, aber unten kann ich jetzt nichts machen, ich muss hier nach vorne Ja, ich muss hier nach vorne Ja, ich muss hier nach vorne kann man danach noch da hier hinter irgendwo hin jetzt nur brauche ich für die gesamte autobestelle allein hauptsache sauber ich habe mir gerade Kranzige Spackos Ich sterbe hier nicht Also, ich bin vielleicht 36 Mal gestorben Bist du bestimmt auch, er fährt bestimmt so ein Stein von oben runter oder sonst was So wichtig ist wie der Captain Martin Manor dahinten Ist echt cool gemacht, ne? Gefällt mir wirklich Ah, obwohl sie schon wieder fast aufhängt Ich frage mich, ob hier was hinter ist Ich weiß nur, dass er jetzt hier durchheim hat Und dann hier durchgehammert ist Ob das hier hinter irgendwas ist Das ist bestimmt gerade unwichtig So Können wir das später machen? Komm, wir lassen das nochmal Revue passieren Das holen wir doch schneller Ja Ich darf nicht Ich kann sein, dass ich wirklich nur 1 AP habe Ich kann 17 Ich kann 17 Oh, komm mal mit Entschuldigung, Herr Entschuldigung, ich muss meine Poste Entschuldigung Entschuldigung, ich bin auf Duty Ja, du bist auf Duty, du kleiner Nazi 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 Näh 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 Piss dich Ich krieg ein bisschen Leben Ich krieg hier alles in den Arsch geschmissen Und nicht Leben Jetzt bin ich ernsthaft hier, ne? Näh 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 Gut Die Otterstory Datei existiert natürlich nicht Näh 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 Nein, die Untergeben-Datei existiert halt noch nicht, ne? Schau mal auf. So, da komm ich her. So, da komm ich her. Hey, Mr. Freeman. Sorry, Mr. Freeman, I got explicit orders not to let you through without your hazardous suit on. I can't. Oh, come on. Ja gut, jetzt habe ich euch neu gestaltet. Das ist aber das Spielzeichenhausen. Okay, kack das natürlich den Stand nicht. Aber das ist mir jetzt auch egal. Jetzt können wir hier mal kurz durchfliegen. Und dann holen wir uns hier... Das ist Secret 1? Nee, stimmt. Also jetzt gehe ich hier hin. Geh hier rein, um in mein Suit. Dann zeigt er mir das an. Das ist dann wahrscheinlich das Explode Package, was ich da noch gefunden hatte. Also ein Half-Life-Mausfettel. Cool. Half-Life 2 ist ja natürlich ein bisschen outside, aber... Besonders gibt es hier. Und unten nicht. Sieht auch nicht so besonders aus. So, das heißt... Da gibt es schon ein paar Secrets. Aber die finde ich schon raus. Irgendwann mal. Vielleicht mache ich ja nochmal ein Secret, man. Es gibt nämlich hier anscheinend ein Textdokument, oder eine PDF ist das. Die zeigt mir so ein paar Sachen. Wie gesagt, ich habe ihn schon. Ach, schön. Aber ich habe dir den... Den Sprung nicht. Moment mal. Oh, ja. Deck mich. Ich habe jetzt anscheinend keine Leiter. Ich habe jetzt anscheinend keine Leiter. Du bist unterwegs mit dem Spirenen. Du bist durch die Ausgabe. Du bist jetzt mit diesem Spiven. Du bist jetzt mit einem Spiven zu fahren. Sehr gut. Ich habe das jetzt einen Spiven geliebt. Du bist mit einem Spiven geliebt. Das ist ein Spiven. Leiterschied medo. Oh, das ist ja noch mal. Oh, das ist ja so. Oh, das bedeutet, das ist ja so schön. Oh scheiße, wie kommt man denn hier rein? Achso. Das ist ja Wahnsinn, das heißt man kann das gefühlt nochmal komplett durchspielen. Nein! 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 Geh es aus mir! Geh es aus mir! Geh es aus mir! Lass mich die Lichter holen und du kannst das wieder versuchen. Das ist ja mega. Das ist ja wirklich. Gut, die Dinger sind immer noch Kuchen zu holen. Ihr H.E.V. suit monitors blood-oxygen. Come up and catch your breath. You will see the blood-oxygen indicator on your suit's heads-up display. Okay. Access denied. You are free to swim on which is end of the course. Oh no. 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 With all of the sprays you are wow 123v4d4x2-R 직w3ls0-4-0-0p3xD4-1-1-1-2-1-2-1-1-1-1-2-1-1-1-1-1-2-1-1-2-1-2-3-1.2-1-1-1-1-2-1-2-1-2-1-1-1-2-1-2-1-3-1-1-1-2-1-2-1-2-1-2-2-1-2-1-1-2-2-1-1-1-1-2-2-2 O-1-1-1-1-3-2-2-1-2-3-2-1-1-2-2-1-1-1-2-1-3-2-1-2-3-2-2-2 und zwar leichter und zwar leichter Wow, das heißt, wenn man da runtertaucht, findet man noch ein Secret, mit dem man nochmal den... Mit dem man das nochmal... Wer kommt denn da bitte drauf? Also Richman in dem Fall, aber... Krass... Und hier sind wir ja wieder... Ich wollte mich denn da fragen, wie man hier reinkommt, also... Also man muss ja... Oh... Hier irgendwie... Alter... Also ich mach ja schon echt viel, ne? Ich stell schon echt viel in Frage, was das angeht... Aber ich würde nie auf die Idee kommen, wenn ich da rein muss... Hier oben rauf zu springen... Denn hier runter zu droppen... Um hier rein zu gehen... Wow... Wowaauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauauau Oh, wer wird das auch schon? Na komm du Spacko! Bin ich cooler als du? Ja, bin ich. Warum bei Spin? Jetzt ist die Seite auch offen, weil ich den Power Override vom Secret gemacht habe. Alter, er kommt von seinem Auto sozusagen hier jetzt hin. Krass. Das soll ich mal kurz hier ein bisschen erforschen. Wir haben das jetzt ja durch. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie man hier hinkommt. Man kann ja anscheinend irgendwie... Hier durch. Hier ist eine riesige Mühle oder so. Das ist ein secret. Um... Wtf... ... 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 Das ist die... das ist das Eisenerz Ach so, hier bin ich Okay, da geht's nichts gut Unten oder oben? Oh, voll der unendetische Fahrt Oh, Mist Ja, aber jetzt... Okay Okay Und hier kann ich ja jetzt auch nichts mehr machen Wow Das heißt, ich müsste diesen Weg zurück Kommt man nicht raus? Kommt man nicht raus? Ich könnte diesen Weg zurück gehen Ich muss mich drüber rufen Ja... Okay, das ist out Die Wacken, das ist hier schön Wenn ich keine Waffe haben soll Alter Schwede Dann kannst du den ganzen Scheiß hier zurückklettern Du kommst hier hinten wieder raus So Äh, ich glaub, das sieht jedenfalls so aus Was? Alter! Alter Meine Fresse Alter, da hat sich jemand Gedanken gemacht Als wenn er keine Hobbys hat Vielleicht hat er ja zu dem Zeitpunkt auch keine Hobbys immer Oh Ich bin sicher Ich bin sicher Auf Ich hoffe, dass man einfach nur nicht stirbt. Oh, das war meine Flasche. Ja toll. Und jetzt auf dem Weg hoch, muss man hier wieder rausspringen. Alter. Oh, Moment mal, ist das nicht das? Was denn da ein Bonus-Map war? Die ich mir angeguckt habe? Ja, oder? Ja, geil, Alter. Das war doch die eine Bonus-Map, oder? Bin irre ich mich grad? Geh mal auf. Dahinter war doch... Ne. Black entry found. The rift underneath the second stonecrusher was selected. To crackst... Cause I missed the Alokikon since. The rift underneath the second crusher was sealed. I missed the card since then. Blasting Cable picked up. Blasting Cable picked up. Ja, geil, Alter. Hier bin ich grad drin. Glock Rinkokun. Dramatisch. Wobei ich habe das Zeug an. Entfucking dann wird ein Leben langer. Wir müssen jetzt nichts sagen, dass die da oben drauf ist, ne? Wenn man hier von hinten drauf kann Ok, das ist ein fucking Minigame, Alter! Ok, das heißt, ich habe jetzt ganz viel Kram Die gelbe, damit ich wieder hochkomme, liegt irgendwo Die blaue hab ich Da liegt der Schlüssel für die Plastikmaschine Ja, Mann! Neeeeeee Hier ist nämlich ein Cleaner drin Ich weiß, dass man hier rein kann Der ist kaputt, ja Beziehungsweise haben wir sie erst noch nicht aufgebaut. Mein doch, dass ich irgendwas weiß. Das war doch die Map, die ich mal angekündigt habe, oder nicht? Alter Schwede! Man of it melt pool in the factory inside. It's useless to be kind access to maintenance area below now. Wie du was? Also absolutly, bevor der Schickerts auch mal aufbauen wird. Ah ja, das sehe ich jetzt genau so. Ah, der ist heftig. Oh Exus, der wurde nämlich gesealed. Krass. Geil, Alter. Oh, ich fapp' mir ein den ganzen Tag. Oh kleine Ranten. Ich zeige dafür, dass sie kaputt gehen können Denn ja Aber was passiert hier schon? GARDEN FREEMAN GARDEN FREEMAN Ich bin Gordon Freeman Was ist hier hinter? ALTER Also, ich will da jetzt nicht weiter gehen, weil... Ich will das kaputt machen und dann hier... Läuft dich durch, Alter Oh mein Gott! Ich muss da weiter! Mir egal, Alter, ihr Spackos Kranke Scheiße Wie geil Er fährt hier einfach durch Ach, der war geschwärter und er fährt hier rein Explosive Storage Oh, da habe ich die Orange Card noch nicht für Aber er fährt da jetzt ernsthaft durch Aber er fährt da jetzt ernsthaft durch Ja Deswegen soll man auch mit dem fahren Wie geil ist das denn? Wie geil ist das denn? Boah Guck mal da rein, wo ist das wirklich Passat Ach, das ist hier Untergrund, Müll, Entsorgung Hhhhh Hmhm Alter, wie ist das kompliziert? Was ist das? Kata ist in EDD, ist wohl nicht so viel zu verbreiten, jetzt geht er um 100. Sealed, der Ende des VW, Carrying, der Kiel, der Ende des VW, okay. Ja... Mann, da bin ich zu schnell hier. Für die Welt. Krass Was bin ich hier wieder? Ah, guck mal Da wo ich vorhin hergekommen bin Okay Okay Das heißt, hier geht es sozusagen auch weiter nachher. Alter, was stimmt denn mit ihm nicht? Hier war ja nix. No Clip, kann man, konnte man die nicht ändern, die No Clip Speed? Das ist ehrlich gesagt nicht. Weil hier kriege ich nachher mein Explosive. Dafür brauche ich aber die Orange Card. Okay. Krass, na komm, öffne dich, View Screenshots, können wir einfach mal alle uploaden, so dann gehe ich währenddessen mal auf dem Desktop, View die Screenshots mal auf der Disc, das kann man jetzt nicht sehen, weil er jetzt noch halb im Spiel hängt, ist das aber auch egal, ach Gott, Leute, immer auf dem Bildschirm, auf dem ich so, Secrets found, the rift underneath the second stone crusher was sealed, reportedly they used the wrong concrete, there were already new cracks nearby the converter, maybe it's a break up again, because I miss my yellow card since then, the rift underneath the second stone crusher was sealed, also hier, den Note habe ich ja schon, das ist denn das, wenn das second ist, nee, das ist eins, das ist zwei, nee, das ist einfach nur, so so rift underneath the second stone crusher, ja das macht Sinn Ich weiß nicht wo mal was man mit der yellow card machen konnte... nach oben, ne? Ja, dann gucken wir mal wieder nach oben. So, thanks to about getting dynamite from the explosive storage, the blasting cable. Das sparen wir uns mal für später auf. Ich werde das dann glaube ich mal einblenden im Schnitt. So, das habe ich, das habe ich. Also, das habe ich offen. Another absolutely useless safety installation is the fence over the main melt pool in the factory. Besides its useless, we can't even access the maintenance area below. The fire door controls at the frightened maintenance office are broken. So, in the case that the fire doors triggered somehow, we can't even open it with somebody crawling in the main area. Okay, das habe ich gemacht, dass diese feuertür die aufgeht. Das ist das, das ist das. Ich ruf mir das hier mal parallel dazu auf. So. 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 Ich finde das Office hier auch mega cool. Ähm. Hier schön. E-Tank Stelle. Kann man hier rein? Ne. Guck mal. Stimmt. So. Kader ist der Idiot, die zu responsieren und wegknechtet. Jetzt ist er vorhanden. Wenn er verloren wird, ist er der einzige Key für den Ventilationsaccess. Du musst einen neuen Key orderen. Also da war ich, da komme ich nicht weiter. Da oben komme ich auch nicht weiter. Da hinten komme ich nicht weiter. Hier drin komme ich nicht weiter. Ich könnte hier aber noch mal nach oben gehen. Was war das? Ach nee, das war das, was ich gerade aufhabe. Gehen wir mal nach oben. Da kommen wir so halbherzig her, oder wie war das? Wie viele Stunden sitze ich jetzt schon dran? Das ist ja krank, Mann. Stimmt, jetzt sind wir ja hier. So, komm mit dem so ein bisschen mehr abholen. Nö, ja, doch. Komm, ja, komm. Okay. 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 Muss ich aber nochmal hier rein. Pick up keycard. Ja, sieben Stunden kommen schon fast hin. So, jetzt bin ich hier. Jetzt hole ich mir hier unten nochmal die Karte. So, wenn man die sich holen kann. So, wenn man die sich holen kann. So, wenn man die sich holen kann. Das ist raus. So, jetzt muss ich nochmal wieder kurz gucken. Das scheine ich ja noch alles zu haben. Das ist gut. Komm. Kann man bitte nach oben. Im Alter. So, jetzt würde ich das immer nicht mehr töten. Das ist ja alter. Ohne Spaß, ey. Ich weiß jetzt nicht, wie lange ich schon aufnehme, aber wow. Wow. Ich bin ja mal ehrlich. Also, ich weiß nicht. Warte mal. Das können wir mal testen. Ja, genau das wollte ich ja nicht testen. Nee. Ich bin von Greenman. Jetzt kommt man noch in diesen Bereich Hier unten mit G-Man, der hier nicht mehr ist, auf einmal passt es zur Zufall Ja, mega Ich nehme das jetzt einfach Das heißt Wenn ich jetzt hier runter zum Kontrollraum gehe, komme ich mit Rot da oben rein, oder nicht? Wow, das ist ja mega geil, der Gassel Okay, end of the line for you So, die habe ich jetzt, jetzt gehe ich wieder hoch, dann wird das beladen Ich weiß nicht, wie man da ankommen soll, wenn ich ehrlich bin, also in Wirklichkeit Mach mal das so wie im Speed Trip von Half-Life Das ist ja eichelartig Aber jetzt habe ich die rote Karte Jetzt komme ich ja über die Fire Door Hier wieder runter Hier wieder raus Wo ist jetzt ja egal So, jetzt habe ich Rot Das ist ja gut Jetzt kann ich das gut Hier reingehen, wenn ich meine Dynamite hole Hier nochmal gucken Wieso mein Impuls 1-0-1 nicht geht Wieso mein Impuls 1-0-1 nicht geht Dann gucken wir nochmal, warum da hinten Blut ist Dann gucken wir nochmal, warum da hinten Blut ist Dann gucken wir nochmal, warum da hinten Blut ist Mega geil Das wird alles nachher zusammenkommt Hier, ich fäb mir gleich ein, Alter Das ist so mysteriös Ich habe ja keine Ahnung Das ist ja das Entscheidende Habe ich, äh Gut bedacht Okay Alles legit Ja oder nein Ist mir egal Das alles in den zu kriegen Da brauchst du bestimmt Das ist Wochenende für Okay Eine schwarze Türrahmen Das stimmt Teleporter Seid ihr am Anfang oder so Weil das einen hart drool G-Man Portal Keine Ahnung Das mal da oben Da oben könnte man so stehen Das wird gut Aber es ist gut Das sind jetzt Schön gemacht Maximale Raumgröße Alles Mega Geil Voll Decker Voll Decker Entschuldigung, Gordy, aber ich bin ziemlich beschäftigt. Voll der okkulte Staat hier. Hier ist ein save game. Ich krieg ab den Monolith. Da muss ich mal kurz auf meinen Desktop meine Bilder öffnen. Das war also Kater. Ich hab den Monolith. Alter, was ist denn bitte der Monolith? So langsam despawn das hier auch. Wo hab ich das alles gemacht? Oh Gott, ich hab voll die Gänsehaut. Das ist mega. Alter, gib diesem Mann einen Preis. Dafür, was er getan hat. Für das Genre. Also, mal ernsthaft. Ich hab ein fucking Monolith von... Von... Diesen... Diesen... Ich hab keine Ahnung, ey. Dass ich davon halten soll. was er nicht mit ihnen zu werden. Hab ich mir leid. Worte. In der Sealed-Explornary Tunnel. Ja. Also... Das einzige was ich mich ja jetzt frage, was ist hier oben? Ja, ich mach jetzt schon screenshot, ich bin da intelligent. Ich bin da jetzt. Ach so, das ist... Ah, hier bin ich jetzt. Wie geil, aber ich komm hier nur zu rein. Okay, ich ignorier das jetzt einfach. Ähm... Ja gut, hier oben ist nichts, das macht Sinn. Das heißt, ich komm rein theoretisch hierher. Oder was? Ach, hier bin ich. Ja, dann komm ich hier in den Ventilation Key. Kann... Oder hab ich das jetzt andersrum benutzt? Dann komm ich hier hin. Geh hier runter. Ventilation Key Access. Geh hier runter. Ja. Aber... Ja, das... Das wurde mir bestimmt schon vorher... Das hätte ich mir schon vorher angucken können. Da komm ich bestimmt nicht runter. Hm, glaub ich nicht. Hm, glaub ich nicht. Ich glaub das soll nicht so sein, dass man hier lang kann, oder? Ja, aber ob man das schafft? Nee. Ja, damit habt ihr nicht gerechnet, ihr Spackos. Ja. 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 Ja.